Und ich wechsle jetzt zu meinem Main Schiek in den Farben Rot. Ich muss ja auffallen in dieser bunten Menge. Ich will hier, ich will die hier haben. Ein paar Liegestützen, Schiek. So. Ich hoffe, du bist gleich aufgewärmt. Geht nämlich gleich los. Juhu. Zack, zack. Yesa. Juhu. So. Ein blauer Yoshi. Okay. Ich krieg direkt die Feuerblume rein. Aua. Aber diesmal sind keine starken Charaktere mehr drin. Eher mehr Ausgewogenheit. Ich mag die, ich weiß nicht. Ich habe es ja noch nie richtig gegen Mario mit Chi gespielt. Nur gegen Luigi. Machen wir da mal ein bisschen Tumult. Wenn Mario nicht beikommt. Ja, blubb du da hinten mal rum. Geh mal dich mal um Mario. Hier, eine Nadel für dich, Mario. Noch zwei Nadeln. Kannst ein bisschen stricken gehen. Kann man jetzt sagen, geh fischen zum Gehegeln. Wow. Das war knapp am Limit dieser Kette. Aua, Mist. Ich wollte gerade, gerade zuschlagen. Was machst du da, Trash? Aua. Mario hält sich sogar ziemlich gut. Wenn er jetzt noch den Sieg rausholt, dann kann er sogar... Ja. Hat jeder einen Punkt. Ist auch nicht schlecht. Nein. Ich bin ein Depp. Dann mache ich auch noch einen Move, der mich hier killt. Also Schiek ist definitiv für mich... Nichts von Führer. Aua. Voll verkackt. Na, jetzt will Trash mir eine reinwürgen, ne? Ist unbedingt gegen meinen Main hier. Ja, Neuner. Aua. Alle fliegen. Aua. Das kann ich knicken mit Schiek in einem Führer. Boah. Ich glaube, da ist... Kirby immer noch der Beste mit Wolf. Und das ist jetzt ein bisschen blöd. Schön und gut, dass ihr irgendwie kämpft, aber... Man muss sich nicht unbedingt an der Kante aufstellen, wenn der andere verprügelt wird. Naja, egal. Ich weiß, Mario liegt in Führung. Und dann würde er den am... Ich glaube, das war's mit. Okay. Jetzt steht's Mario gegen Yoshi. Da protestiert das Reittier gegen seinen Reiter für mehr Wassermelonen. Ne, Honigmelonen. Obwohl, das ist der blaue Yoshi. Der mag am liebsten Trauben. Zack, flieg. Er kann... Äh, Kirby wollte schon sagen. Yoshi schlecht mit dem Ausmächten durch den Strompler. Weil da drin ist er ja unantastbar. Und Mr. X erzielt jetzt seinen Punkt. Mr. X. Das heißt, jetzt kann nur noch einer, der das nächste Match gewinnt, so gesehen, in Anführungszeichen, den Gesamtwin erzielen. Und dafür werde ich irgendeinen Charakter nehmen. Hm, wen hatte ich bisher noch nicht. Ich kann mit... Mit wem kann ich noch spielen? Ich kann Busy mit Marv spielen. Mit Busy. Ich könnte mit Captain Falkness versuchen. Mach schon, wenn der Chattel Gandalf ja schon... Ich werde... Ich nehme mal Samus. Samus in... Blau. Hellblau. Meteor Fusion... Style. Und ich nehme dazu noch... Norfair. Warum nicht? Ich denke mal, Samus ist in einem Vierer wesentlich besser als Sheik. Hat mächtigere Attacken. Zwei. Eins. Rollbombe. Der Ballbombe wird nur Bombe. Bumm. So. Boah. Nix da. Hau ab. Bam. Also ich denke mal, zum Chargen komme ich hier definitiv nicht mehr. Nix da. Ha, erwischt. Boah. Screw Attack for the win. Ach, schade. So. Ach, komm. Ja, Chargen, 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 Chargen. Mua. Boom. Ja. Plopp. Mua. So. Bäh. Okay. Samus dürfte eigentlich so ein Furz ja nix ausmachen. Außer die Sensoren lassen sowas durch. Voll die Rakete in den Hintern. Was doch immer Wario jetzt gekillt hat. Hab ich gar nicht mitbekommen. Aua. Ich verzichte. So. Raketenhagel auch, wenn keiner da an der Kante steht. Oha. Ah, Moment. Du-ba-du-ba-du. Tschüss, Gandorf. Ah, zu früh. Das wollte ich... So viel zu Tschüss, Gandorf. Chris hat mir ein bisschen zu viel Energie. Okay. Bisschen zu viel Energie, ein bisschen zu viele Leben. Ah, Gandorf trifft es mal wieder. Ach, Mann. Mein zweiter Upsmash kam eben gerade nicht an. Und Kirby duckt sich drunter. Ich glaube, es hackt. Boom. Oh, Gandorf. Der Kick des Todes. So. Boah. Gott, Kirby. Nein. Hätte sich leicht daraus befreien können. Ah. Bisher sehe ich nur Kirby als starken Spieler der Zeit. Also Konkurrenten. So. Nächster. Wario. Hau ab, Kirby. Plupp. Okay. Das heißt jetzt... One on one. So. Mua. Geht doch. Zack. Plupp. Ah, Mist. Flieg und sieg, Kirby. Ha, Rakete hat getroffen. Zoom. Aua. Das war ein tödlicher Treffer. Ha. Zack. Aua. Der Hammer. Okay. Jetzt sieht es rund. Und... Moha. Boom. Saug, saug, saug. Okay. Hat es wohl schon auch gerade machen. Schönes Finale. Aha. Na, machen wir halt, Charge. Bam. Zack. Juhu. 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 Und voll. Passt. Treffer. Haha. Ich sparme gerne mit den Attacken da von Samus rum, vor allem mit der Räubermisch, finde die richtig cool. Und das war das Ende. Richtig ausgewogen und Samus hat in dem Fall für mich den Sieg erzielt. Richtig lustig, so ein Vierer. Mal sehen, ob es noch so einen gibt. Ich würde sagen, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.